Willkommen zurück bei Wolfpile.lp mit 99 Levels to hell. So, hier haben wir aufgehört. Oh, da ist ein Pilz. Das bedeutet für uns wieder, Maja. Zwar auf Droge, aber dadurch nicht minder gefährlich. Ich war wohl nicht mehr auf Droge, okay? Na gut, machen wir noch mal. Haben wir jetzt endlich mal, ne, ich weiß nicht was man, Leute, falls ihr das kennt, sagt mir wie immer, naja, sagt mir eh keiner was, aber trotzdem, falls es doch einer sagen kann. Dann, äh, entschuldigt, ich war grad bisschen geistig weg, äh, sagt mir dann auf jeden Fall, wie man die anderen Charaktere freischaltet. Ach, das Setting hier gefällt mir so viel besser als das letzte, ich sag's euch. Aber ich krieg hier auch alles ab. Keine Ausnahme. Gut, Bonus haben wir da unten, ist ein Shop. Ne, komm ich mal wieder nicht hin. Bin wahrscheinlich gleich wieder tot. Okay, hier merkt man schon deutlich, dass man ohne anständige Waffe vermutlich so seine Probleme hat. Ich hoffe, die Würmer fallen mal alle nicht zu mir. Ja. Was sollen das eigentlich für komische Viecher darstellen? Kann mir das mal einer erzählen? Na gut, ich muss, ich muss jetzt Leben sammeln. Hilft dir ja nix. Gibt's so Insekten wirklich? Die sehen ja furchtbar aus. Na komm, ja. Jetzt hier noch auf Würmer schießen. Na, aber stabile Würmer. Ich hab noch keinen Wurm getroffen, der mit einer Shotgun kämpfen konnte. Da ist wieder Ghost. Wie gesagt, ich weiß nicht, was Ghost macht. Ich kann's jetzt gerne nochmal probieren. Ich bin ja leicht angeschlagen und hier sind Gegner in der Nähe. Ah, Ghost vergiftet Gegner und versetzt sie in so eine Art Angstzustand. Ah, okay. Wieder was gelernt. Das bedeutet, jetzt können wir Ghost auch wirklich aktiv anwenden. Und hier ist wieder, wenn ich das Vieh töten kann. So, die Tür, die uns einen Dialog offen. Fimmst du denn? Ah, das muss der eine Charakter sein. Durch crime und Chaos, der Darkbrother präsentiert. Der Blatt bräuchte, der Blatt bräuchte, über den König Ruhm. Der Lightbrother bräuchte, der Blatt bräuchte, durch die Ranks der Gesellschaft. als derjenige von der Nacht mit Notarität fließt. Bald hat der König von Licht gefordert, um seine Kinder zu nehmen, denn er hat nur noch ein Kind gefordert. Mecken jetzt vielleicht auch. Einfach bloß, damit ihr den Dialog jetzt besser verstehen könnt. Ich weiß nicht, ob man es auch wirklich verstanden hat. Wie gesagt, ich mache am Ende mal ein paar Arten, sorge ich dafür, dass ihr das hoffentlich hören könnt. Bei allen, die ich gefunden habe und vielleicht habe ich bis dahin ja noch ein paar mehr gefunden. Aber eine anständige, nochmal so eine Kanone wäre jetzt echt nicht schlecht. Ihr seht es hier, ich habe... Da oben liegt eine Waffe, das ist gut. Ice Staff, ja gut. Das ist nicht die ideale Waffe, aber ich finde sie auf jeden Fall nicht schlecht. Zumal sie ja Gegner verlangsamt. Da kann man nichts sagen. Also, dass man halt ewig braucht, um so ein Feed zu erledigen. Gut, das ist halt ein ganz großer Kontrapunkt. Ja, man kann eben nicht alles haben und das ist ein anderer Verkäufer gewesen als sonst. Naja. So ist das eben mit dem lieben Geld, wenn man es nicht hat. Dann kann man sich nichts kaufen. So, und du hältst hier jetzt brav an. Das ist gut, dass man mit dem Eisstab wirklich die Gegner auf Eis legen kann und dafür sorgt, dass sie sich nicht irgendwie auf einen zu bewegen. Damit ist man so super geschützt. Zusammen mit Ghost haben wir dann eine Idealverteidigung. Was gucken, dass die Viecher nicht... Also, die Börmer sind ja gar kein Problem. Aber diese anderen Biester, die treffen mich ja auch jedes Mal, wenn ich es noch nicht vorher erledigen kann. Get out now. Super. Gut. Einsammeln und raus hier. Zum Beispiel, wenn ich da jetzt ein bisschen an Leben geopfert habe, aber ich möchte mich ungern mit den Geistern anlegen. So, das hier ist mal wieder so ein Gebiet, in dem hier überall Gold liegt. Pac-Man-like. Finde ich aber nicht schlecht. Oh, ey. Ja. Super. Ich bin schon fast wieder tot. Hm, so. Wie viel, sechs Stück? Gott. Sechs von den Biestern töten. Das ist lustig. Aber wir haben schon... Oh, sehe ich hier jetzt erst, dass da unten auch eine Range... Ja. Kugel liegt, aber Kugeln verwenden wir ja eigentlich nicht. Wir haben ja ein Eis-Zepter, aber trotzdem. Ich bin auch mal gespannt, wer hier von dieser Wurmparade der Chef ist. So, Range. Range ist gut. Damage wäre noch besser, aber Range ist auch nicht schlecht. Hört mich hier nebenbei so ein bisschen. Gut, ganz so weit komme ich dann doch nicht. So, und das Vieh tötet ich jetzt einfach bloß aus Hass. Ja, schrei mich ruhig an. Schön hier immer das Gold einsammeln, das braucht man. Das hört schon wieder so an, als ob gleich wieder Cam, get out now. Wir wollen hier noch nicht raus. Ja. Das war so klar. So. Gehen wir halt. Wenn wir nicht erwünscht sind, dann gehen wir eben. Und hier, das verstehe ich nicht. Gucken wir das mal an. Weil da... Ja, ist nix. Ah, ahm. Das sieht aus, als wäre etwas, aber es ist nichts. Sag mal. Ja, jetzt brauche ich dringend ein Herz oder ich bin tot. Und das Vieh da hinten, das risiert mich doch schon an. So, Notfallkauf. Super, und ich habe keine Bomben mehr da hinten. Gäbe es theoretisch Bomben im Überfluss, aber ich muss hier meine Bombe eben verschwenden. Diese Burmys halten aber auch aus. Na gut, wenn man sie trifft, dann geht's. Das ist halt das Problem an so einem komischen Eiszepter. Es schießt mit einer hohen Geschwindigkeit. Mag sein, aber der Schaden, den es auszahlt, der ist einfach grottig. Uns bleibt aber nichts anderes übrig, als diesen grottigen Schaden hier dennoch gern zu haben, weil immerhin lähmt er die Gegner. Ja, ich habe das Vieh erwischt. Diese Mistviecher. Ich töte sie am besten gleich vorher, bevor sie hier irgendwie was gegen uns unternehmen können. Nicht du. Ist es so? Super, ich soll noch drei töten und hier raus. Wo war die Tür? Schön, dass wir den Bonus haben. War die links? Ja, jetzt muss ich an diesem Geist vorbei. So, geschafft. Ich gehe hier überhaupt kein Risiko ein. Ja, das war's. Gut, Leute, ich gehe mal ins Menü. Haben wir jetzt einen neuen Charakter, glaube ich. Hoffe ich. Wie, nee. Hätte ich den da freispringen müssen, oder was? Das finde ich ja schon ein bisschen doof jetzt. Dass wir den nicht bekommen haben. Ich meine, der stand da ja. Ja, vielleicht kommen wir ja nochmal dahin. Dann können wir den eventuell dann freischalten. Oh, das nervt mich ja schon ein bisschen. Er war ja da. Und nur weil wir keine Bombe gerade hatten, haben wir den jetzt nicht freigeschaltet. Oder vielleicht hätte ich auch irgendwas anderes machen müssen und ich hab's bloß nicht gesehen. Das. Achso, das sind einfach bloß Löcher hier. Hier komischen Wand. Wenn es überhaupt eine Wand ist, die wabert hier so ein bisschen. Das hab ich aus Versehen rechte Maustaste gedrückt. Ich sag's euch, am Ende ist das hier gar keine Wand, sondern das ist schon ein Teil unseres Bossgegners. Ja, beweg dich weg. Oh ja. Schmeißt mich mit den Viechern zu. So, ich geh jetzt hoch. Gibt's da nicht. Alles, was ich will, ist an diesen komischen Schlüssel ran. Da rechts liegt ne Lampe. Also, so ne Taschenlampe. Was hat denn die nochmal gebracht? Egal, was bringt. Ja gut, dann muss ich wieder zum Portal rüber. Aber egal, ich möchte die mir mal angucken. Ich mein. Auf die Nase krieg ich so oder so. Ja, aber dabei noch ein bisschen hier Fähigkeiten abgreifen, find ich gut. Der Flashlight. Ah ja, jetzt hab ich so'n Flashlight hier. Ja, komm. Get out now. Ich würd ja, Portal, geh weg. Halt nicht. Ich weiß ja zum Glück hier, wo die Tür ist. Komm ich relativ gut raus. Ich pack's nicht, dass ich schon wieder fast tot bin. Und ja, ich hab da oben den Schädel gesehen. Bin grad noch am überlegen, wie ich da am günstigsten rankomme. Ich hab eigentlich gehofft, die fallen da runter. Wie viel Zeit haben wir eigentlich noch, bevor ich jetzt hier... Ja, bisschen was haben wir noch, sonst ist der Part busy kurz. Und wenn ich so leicht Überlänge hab, dann macht's ja nix. Ja, du. Ich brauch echt n' Damage-Upgrade, um mit diesen Würmern fertig zu werden. Das ist unfassbar. Und dass die Biester hier graben können, das ist das Schlimmste. Was, wir haben jetzt schon einen Bonus bekommen? Das ging schnell. Verdammt. Egal, gehen wir längst lang. Jetzt irgendwas hier mit Damage-Upgrade. Oder mit allen Upgrades am besten. Das wär richtig cool. Ist ein Aufzug. Ja, zu einem Aufzug sag ich natürlich nicht nein. Zumal ich gerade von einem Wurm verprügelt wurde. Aber so weit kann ich dummerweise nicht springen. So, bring mich nach unten. 49, gut, da sind wir jetzt ein bisschen weit gekommen. War ziemlich weit. Hat seine Vor- und Nachteile. Die Vor- und Nachteile ist, dass wir wahrscheinlich keine Upgrades mehr bekommen und auch den Charakter nicht mehr finden werden. Der Vorteil daran ist natürlich, wir sind jetzt ein ganzes Stück weiter und wenn wir den Schlüssel haben, kommen wir direkt zum Boss. Und Boss wäre natürlich hier in diesem Fall das Nonplus-Ultra, was wir hier erreichen können. Und übrigens, falls irgendjemand zuguckt, der sich sowas denkt, lasst bitte diese Mails von wegen. Ja, wir könnten uns hier helfen, indem wir uns gegenseitig abonnieren und so weiter. Leute, ich... Ich find's gut, wenn ich Leute hab, die mich abonnieren. Das sag ich ganz ehrlich. Aber... Ich find's nur insoweit gut, wenn die auch meine Videos gucken. Weil, entschuldige ich, dass ihr da eben ein Geräusch gehört habt. Weil, wenn... Leute abonnieren und dann nicht reingucken, dann, finde ich, ist das zwecklos. So, und jetzt suchen wir... Was geht denn da ab? Okay. Was ist das für ein krankes Vieh? Das werde ich wahrscheinlich nur mit den Bomben kaputt kriegen. Nehme ich mal jetzt an. Ja, oder wenn's Maul aufmacht. Ja, ne. Okay, Leute, dann würde ich sagen, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder zu, wenn es heißt 99 Levels. To hell. Bis dann. Bis dann.